Ich hab dir recht, Niki. Das Arschl hat mich beklaut. Einfach beklaut. Ich weiß es nicht. Das ist... Lisa? Naja, ich mein, das ist ja nicht so schlimm. Lisa? Ihr? Ist alles okay? Nein, Karin. Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Ich versprich's. Hey. Los, komm. Lass uns hier abhauen. Wie Mimi Domspitz. Das ist echt... Ach, komm. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ihre Schwester macht sich Sorgen um sie. Das war so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja. Sie ist ganz hübsch. Na und? Was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du, was du willst. Ich geh da jetzt nochmal hin. Was? Wohin? Zu Anna Domspitz. Ja. War ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts! Nairzzzz. Ratsch. Arrh. Bist Island. Nairz. Bist. Judith. Was ist denn hier? Nichts. Vielen Dank.